Hallo zusammen zu einer neuen folge und heute mal wieder im studio weil ich was vorzulesen habe und es geht um ein follow up auf ein video vor ein paar wochen und zwar geht es um das thema der i3 der in berlin abgelehnt wurde vom innensenator und da habe ich am 14 februar eine e mail erhalten auf meine mail vom 13 januar immerhin haben sie sich einen monat zeit gelassen und ja möchte ich jetzt mal vorlesen sehr geehrter wolf sie haben sich per mail vom 13 januar 2019 einen innensenator von berlin gewandt als leiter der pressestelle erlaube ich mir ihnen darauf zu antworten elektrofahrzeuge müssen grundsätzlich die anforderungen des landes berlin für den fuhrpark erfüllen es handelt sich hier nicht um vornehmlich privat genutzte fahrzeuge sondern um den arbeitsplatz der fahrerinnen und fahrer des fuhrparks für die wir eine fürsorgepflicht haben dieser arbeitsplatz muss bestimmten anforderungen entsprechen das fahrpersonal muss regelmäßig im fahrzeug auf einen möglichen einsatz warten was insbesondere bei kalten temperaturen ohne genügend heizungsmöglichkeiten aus arbeitsschutzgründen nicht zumutbar ist erster absatz soweit so gut ist vollkommen verständlich sehe ich immerhin immer noch kein problem das mit einem elektroauto abzubilden das land berlin fragt regelmäßig bei den herstellern ab welche reinen elektrofahrzeuge und elektrohybride diesen anforderungen entsprechen um diese in das portfolio des fuhrparks aufzunehmen in der vergangenheit haben wir von der von ihnen thematisierte bmw i3 und auch andere einzelne hybride diesen anforderungen nicht entsprochen so dass von der anschaffung abgesehen wurde dies war auch zum zeitpunkt der aufgabe der bestellung des mda handträger der fall kann ich nicht nachvollziehen der i3 war hat jetzt wieder ein upgrade bekommen aber war schon vorher von der reichweite her locker möglich und er hatte auch eine wärmepumpe also das ist vorgeschoben hier versucht man sich rauszureden das ist meine persönliche meinung also das land berlin ist nicht so groß als dass ich da ein fahrzeug brauche mit riesen reichweite die fahren nicht so viel am tag und es gibt in berlin auch schnell ladesäulen wenn man denn dann wirklich mal länger fahren würde oder man kann auch sich eine öffentliche ladesäule stellen also das sollte gar kein problem sein erfreulicherweise schreiten die technische entwicklung auf dem feld der elektromobilität und auch die verbesserungen bei ladeinfrastruktur weiter voran diese entwicklungen und die tatsächliche verfügbarkeit und fahrzeugen verfolgen wir kontinuierlich und überprüfen sie auf ihre praxis eignen für den fuhrpark berlin hohles gewäsch meine meinung die mittlerweile verfügbar neue version des bmw i3 mit einer um 30 prozent verbesserten akkukapazität und einer wärmepumpe klammer auf die gab es schon vorher meine anmerkung war zum zeitpunkt der prüfung einer anschaffung für den fraktionsvorsitzenden träger noch nicht von bmw angekündigt worden das stimmt so nicht aber egal bmw hat auf anfrage nunmehr für diese neue version eine ausreichende heizungsmöglichkeit auch im standbetrieb mit einer dann noch ausreichenden restfahrleistung explizit versichert so dass eine anschaffung des bmw i3 aus unserer sicht nichts mehr entgegensteht mit besten grüßen martin palgen pressesprecher der senatsverwaltung für inneres und sport also sie räumen es ein sie haben miss gebaut das lese ich jetzt aus den zeilen und dass sie reden sich jetzt halt raus indem sie jetzt die neue version des i3 schwirn reden ganz klare meinung das wäre auch ohne diesen größeren akku gegangen mit dem 30 prozent mehr das ist jetzt fadenscheinig um sich raus reden zu wollen und jetzt dann doch zu sagen ja komm jetzt haben wir doch die möglichkeit das aufzunehmen ja man hätte auch das mit einer soe abbeten können man muss nicht den bmw fahren sage ich jetzt mal klipp und klar mit der soe mit dem mit dem großen akku werde das auch locker schon machbar gewesen weil die reichweite von der soe mit dem großen akku ist jetzt ungefähr die 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 drei jetzt hat also da brauchen wir gar nicht weiter darüber reden die haben sich herausreden wollen ich finde es gut dass zumindest eine antwort kam ich finde es auch gut dass jetzt endlich tatsächlich dann elektrofahrzeuge kommen können aber es ist schon ein bisschen armutszeugnis dass man da noch mal hinterher bohren muss damit da sich mal was bewegt so schaut es aus eine antwort des landes berlin wünsche kommentare anregungen gerne wieder unter diesem video ciao ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal